Musik So, jetzt bin ich in Frankfurt gelandet und ja, ich war zwar vorher schon mal in Frankfurt, aber ich wusste nicht, wie riesig dieser Flughafen tatsächlich ist. Und das Schöne war, ich durfte auch durch eine automatische Passkontrolle. Die automatische Passkontrolle ist ein Roboter. Der sich deinen Pass anguckt und dann eine Kamera, die hoch und runter fährt. Und wenn sie entscheidet, dass du dann doch einreisen oder ausreisen darf, dann erschießt sie dich nicht mit einem totes Laser und macht die Schranke auf. Ja, vielen Dank Andi für diese beruhigende Assoziation, sag ich mal. Gut, gut, jetzt geht's nach China. Musik 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 So, ich bin jetzt in Peking gelandet und gleich kommen auch meine anderen Mit-Tutoren aus dem Flieger. Die haben eben schon gesagt, dass sie gerade das Gepäck holen und dann nehme ich die gleich empfangen. Es ist so unglaublich heiß hier. Es ist 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens und es sind schon irgendwie 18 Grad und mega, mega feucht. Naja, mal gucken, wo die anderen bleiben. Hier sind sie. Juhu! Guck記! Schönen Flurkarten! Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Bis zum nächsten Mal.